Der Wahnsinn abgefahrener Laden. Die Akustik hier ist unglaublich. Ah, ich bin wach. Zwei Minuten und zwei Sekunden. Das ist ein neuer Rekord, meine Freunde. Hört mal, ihr müsst aufhören, die Neuen zu verschrecken, okay? Ich bin den ganzen Sommer über weg und brauche jemanden, der mich ersetzt. Ach ja, wenn es doch nur einen anständigen jungen Mann gäbe, der deinen Nachnamen hat. Wieso besteht ihr überhaupt darauf, dass ich meinen Sohn einstelle? Er kennt das Geheimnis dieses Arten. Nachtwächter, ich vermassel's nur. Wann hast du je schon mal etwas vermasselt? Hey Leute, wie geht's? Nachtwächter! Soll ich ihn für euch auspacken? Das wird nicht nötig sein, Nicholas. Ich bin ein Meister des Schwertkampfes. Würdest du vielleicht die Ecken aufreißen? Noch eine Sache. Vergiss nicht, den Keller abzuschließen. Den Keller abschließen? Oh nein, das ist übel, das ist richtig, richtig übel. Das ist sehr, 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 sehr. Ich, Kamun-Ra, König der Könige, bin zurück und werde mich rächen. Das muss aber noch warten, denn mein Bein ist eingeschlafen. Darf ich vorstellen, Seth? Der Gott des Chaos? Hey. Wie wär's mit einem gruseligeren Namen? Okay, Seth ist gut. La, nimm meine Hand. Das ist deine Hand. Ab hier sollte es ein Kinderspiel werden. Sieht aus, als hätten sie den Laden mit Fallen versehen. Jetzt hol mich sofort hier raus. Hol mich bitte hier raus, würde ein anständiger großer Junge sagen. Ich bin nur ein dummer Junge, dem das alles über den Kopf wächst. Ich habe als Dini die französische Armee zum Sieg über die Engländer geführt. Ich war erst 14, als ich die Lewis-und-Clark-Expedition anführte. Und La hat das Feuer entdeckt, als er elf war. Feuer brennen. Ich kenne das Gefühl.